hallo und willkommen zu einer neuen folge von süssicube sind hier in der dritten welt stehen geblieben bei 33 welches wäre immer im rhythmus so ein level kennen wir die musik schon im ersten blick ist sie gar nicht nur so schlecht oder so sterbe ich hier einfach nur aber hier war doch voll geil vor das geld versteckt oder nicht finde ich zumindest oder war doch das erste stammt oder hier wo oder nicht ich habe doch hier und schatten gesehen das ist er weg war ich nicht schnell genug ach nee das war kein stern das war der auch kümmern tut leid das war das war die münze tut mir leid ja ich weiß ich bin ein wenig ruhiger und bin ich verwirrter aber ich dachte mir so ja kommen ich habe zeit irgendwas wenn du könnt jetzt machen kommen und doch man kann diese blöcke zerstören alles klar erwartet dann kann ich ja nicht aber wir haben in der letzten folge diesen schotty hat als bonus bekommen das heißt eigentlich also ich dachte zumindest wert im vorteil in diesem level wenn wir mal sehen ich habe es nur so ein kleines missgeschick kann man sagen weil mein zweiter bildschirm der macht nicht mehr so richtig mit also auf dem da guckt immer mit dem oberst und so das auch als auf eine stimme aufnehmen und so und ja der sagt mir jetzt seit heute ich habe irgendwie heute hatte den복 wie angeschlossen zu werden war schon ziemlich nervig muss ich sagen okay ich rede alles gut wir haben den ersten stern also ja ich muss den halt noch mal komplett abstecken und noch mal reinstecken und dann auf einmal der ganze bildschirm ist so rotlich pink so pink geschröt und das war jetzt schon kacke keine ahnung vielleicht brauchen wir einen zweiten bildschirm oder ich muss halt damit leben das ist die ganze zeit so diese rötlich-pinke farbe an sich hat wow denn boom 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 okay ja nein fuck Okay Äh, ich bin noch Ich hab mich so treffen lassen Da hab ich so, oh, ist das dein Ernst Aber Es ist nicht mal runtergesprungen, hallo Boom 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 Okay, das war jetzt echt kacke, muss ich zugeben Als ob hier noch ein Checkpoint ist Wie unnötig Doom Doom Nein Oh Mann Ich, lass mich immer austricksen Ich weiß nicht, welcher zuerst Ne, ist schon Welcher zuerst Raus geht und so Boom Boom Da scheint der Ach Gott Da ist noch ein Checkpoint Wieso so viele Checkpoints Irgendwie mach Das Keinen Sinn Junge, komm Oh Mann Jan Bleib halt kurz stehen Wenn du es so anschaust Das beschränkt mich über Checkpoint So, wo ich ihn gerade brauche Aber Ehrlich Eigentlich finde ich das kacke So Okay Also hier den reinzubauen Das finde ich irgendwie dumm Wow, was ist mit dir denn los? Nö, nö, nö Weißt du, keine Sondertricks Und du auch nicht, du Hammer Bro Hammer Bro Yo, Bro I'm a hammer Boom Okay, da krieg ich Schaden Das weiß ich noch Deshalb mach ich das nicht nochmal Schon fünf Minuten nehmen wir auf Ja, ja gut, fast Zack Wow Okay Boom 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 Die Musik hier ist Na ja Würde ich sagen Warte, was? Wee Eifel Mama Boom 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 Naja Ey, keiner haben einen Tag auf mich Ey, ey, ey Chill Bruder Chill So, ich krieg das Gefühl nicht los Dass wir den zweiten Stern verpasst haben Und das war knapp Aber wo soll der zweite Stern gewesen sein? Weißt du? Wow Chill Aber das sind ja auch die gleichen Dinger Wie aus Mario 3D World Wow, nein, nein Kommt Jetzt Zweiter Stern Please Ich Brauch Den Das Ist Wichtig Ist er nicht hier irgendwo? Ey, das kann doch echt halt Echt nicht sein, dass er hier nirgendwo ist Oder hier vielleicht Warte, warum ist das so groß? Wann war das da gerade zu groß? Wow, wow, passt auf Ja, aber seht ihr das hier, der Schattenunterschied? Bedeutet das irgendwas? Hier oben ist aber irgendwas Vielleicht ist hier keine Münze, sondern wirklich der Stern Doch Das kann gut sein Oder? Doch, doch, vielleicht ist da der Stern Beilung Yes Nein Nein Ich darf wieder suchen gehen Als ob das kein Abfuck wäre Nein Jetzt sieht das alles auch im zweiten Bild schon so richtig hellblau aus Oh mein Gott Nicht dein Ernst Oh mein Gott Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt schon danach suche Alter Oh, endlich Oh, man Okay Da habe ich es endlich So Drei, vier Regen im Regenwald Hört sich nice an Kann sein, wenn ich spiele mal der Bug schon wieder drin ist Ich habe auch gemerkt, es gibt noch einen anderen Bug Wenn man vom Spiel rausklickt Während das Spiel halt Im Endsequenz ist Wo halt die ganzen Wie lange du Zeit hattest noch Und wie du Sterne gesammelt hast Wenn man da einfach irgendwann durch rausklickt Dann wird das nicht richtig angezeigt Und dann sieht man das erste Wenn man hier auf diesem Menü ist Kann das bitte mal hier geöffnet bleiben Please Ja, jetzt geht's Dankeschön Also das ist echt nervig Muss ich zugeben Was ist das für eine Musik? Die mag ich Die ist cool Uh, Secret Ist hier noch eine? Uh, ja Ist Ja, doch Schon ganz cool Hätte ich ihn vorgestellte erwischt Zum Beispiel Da hätte ich auch Ähm Da eine Coin von ihm bekommen Das ist immer so bei den Kleinen Tierchen hier Mit den Vögeln Oder den Diktas Aber hier ist das schon cool Ich finde das echt cool Das Level bisher Hab das Gefühl Es lag ein wenig Aber es sollte Wie du eigentlich Das hier fährst Sein Wow Was bist du denn? Oh mein Gott Lol Schlammschacht Was? Ne Schlammschlacht Achso Lol Ja, nice Das war jetzt echt cool So Checky Checkpoint So Wo ist denn der erste Stern? Hier Auf jeden Fall nicht Why Der wird's gar Weg hier Okay Oh man Oder vielleicht ist er doch da unten Oder hier Uh Was gibt's denn hier so? Na Hab ich ein Ziel gut gefunden? Hm 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 Ja, ja Ich hab Ein Kein Ziel gut gefunden Hier ist nichts Ah Doch Na gut Es gibt's Coins Ja Wow Und One up Okay Ich hab jetzt den ersten Stern erwartet Aber Okay Why not Da unten Da unten scheint es aber nicht weiterzugehen Dann stoppt man anscheinend nur Okay Na du willst mich anrahmen? Ja, ja, dachte ich mir schon Ja, komm Versuch's doch Versuch's doch Genau Ja, das ist der erste Okay Nice Vielleicht schaffen wir sogar in dieser Folge die dritte Welt durch Das wäre richtig cool Ich würd's mir zutrauen Ich weiß halt nicht Wie lange das alles hier geht Und so Ihr wisst Was ich mähen Okay Power up Hat man nicht grad schon Power up Na egal So Weiter geht's Wir finden es nichts Hier ist was Oh, LeCoin Okay Kann ich mir nicht leise bin Was passiert? Einfach guck mal nicht hin Tot Okay Ich wollte es grad sagen Kann ich mir nicht leise bin Weil ich bring grad nicht so lange mein Mikro dran Allgemein weiß ich nicht wie ich mein Mikro hinstellen soll Aber das ist ja schon eh wie so Wow, 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 wow Egal Egal Ist ja auch egal Irgendwo hier ist bestimmt Ein Blaustern Oh, die schießen dauerhaft Oh, die schießen dauerhaft Na gut, die schießen zweimal Anscheinend Ich dachte, die schießen dauerhaft Das sah zumindest So ein wenig aus Dann Zweiter Okay 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 Weiter Zumindest keine unsichtbare Wand hier Yeah Läuft bisher sehr, sehr gut Ich habe jetzt mal herausgefunden, wie man diesen Superjum, diesen Boom macht Rennen und dann Boom Drückt halten Ja, wenn man rennt, dann kriegt man auch so extra Boost Ja Oh, kriege ich, kriege ich Ja, ich habe ihn bekommen, habt ihr gesehen Dann kriegt man dann könnte Ich wollte noch mal sagen, weil ich zur letzten Folge so erwähnt habe Was waren die Bienen eigentlich hier Gibt gleich einen Bienenboss Oder will das Garados wieder einen anderen Typ nehmen Wir wissen es nicht Aber wir werden es erfahren In der nächsten Folge In der nächsten Folge Von Doki Komm her Okay, sorry Fuck einfach nicht Okay Und Okay Bruder Bruder Keine Magie hier Keine Magie Oh Junge Was schrei ich hier rum, Alter Jetzt bin ich wieder hier, ey Darf ich jetzt 10.000 Wilder gehen Bek finde ich Weg mit euch Ja gut, so weit war es ja auch wieder nicht Ah, ah, äh, 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 äh Okay, die dritte muss, der dritte Stern muss hier irgendwo sein, der muss hier irgendwo oben sein, vielleicht hier, ne fuck, da geht's weiter, okay, damit er auf der anderen Seite sein, weee, oh, ja, das war's nicht wert, oh man, oh no, that's not good. Uh, das war auch nicht guter Jump, ba-ba-ba-ba-ma-ma-ma-aria, komm, ich stehe mir grad so neue Leute vor, ach, Junge, ich stehe mir grad so neue Leute vor, die kommen so auf meinem Kanal, gucken sich das Display so durch und dann denken die so, Alter, was, das ist eigentlich von Spaß, Mann, ja gut, ich kann sie nicht übernehmen, oh, Junge, ich glaub heute wird das nichts mit Jump'n' Ones, oh man, okay, komm, kannst du Dreh dich mal ein wenig, nur weil du so viele Run-Ups hast, das heißt das nicht, dass es easy ist, okay, komm, Tastatur ist jetzt auch nicht so schlimm, schaffst du's auch, mit Tastatur, you can do it, I know you can. Die komm'n wieder, die komm'n wieder, okay, also aufpassen, nichts Unüberlichtes machen, das Run-Up ist natürlich weg, ah, ne, noch nicht, hier ist es. Oh! O-ö! Okay. Okay? Muss ich das jetzt verstehen? Nein, ich glaube nicht. So, bitte sagt mir hier das letzte... Oh, hä? Es gab doch gerade einen Checkpoint. Das macht irgendwie gar keinen Sinn, aber okay. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hier irgendwo hinten, fies, versteckt, so wie vorher. Wow, ich hab sogar die 5 Points bekommen, krass. Okay, ne, ich glaub, die Kamera geht da eh nicht mehr hin. Ich glaub, das wird auch noch nicht sein. Ja! Na komm. Wuhu! Ich hab's noch gerade so geschafft. Nice! Yay! Werd ich jemals mehr als... Werd ich jemals mehr als 30 Leben haben? Wer weiß. So, aber jetzt kommt das Boss Level. Kleine Abkühlung. Ich könnte keine Abkühlung brauchen. Oh nein. Laut der Musik wird das wieder so ein, äh, Aufsteig Level. Wird es so eins? Da unten, oder? Gibt's da nichts? Wo, 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 wo. Was war das, was war das? Was? Was? Da unten war der erste... Was? Also, ist das Video so ein Level? Anscheinend sind jede B Level so. Also, B steht natürlich für Boss, die ich nicht gecheckt habe. Lynth. Kommt ich das riechen? Äh, nein! Wo war das? Hier unten. Ja komm! Unverständlich sucks! wand hallo und ver betrug kommt dann nein da ist doch nichts ich bin da und weiß nicht mehr noch umgeschafft habe ich mir so ein skill ansehe vielleicht auch mir das letzte level ist dass das secret level von welt 3 vielleicht doch nicht wenn ich jetzt aber ich habe das gefühl der boss wird mal wieder eine drache sein das ist da gerade aus so ich nenne einfach weitermachen sagt den ersten haben wir zumindest schon mal unten weiß ich ja jetzt unten ist keiner immer weitermachen hier ist irgendwas wo gibt man muss ich noch mal ein power ab gut zu wissen hier muss ich auf jeden fall hoch nein okay nein und da ich habe das gefühl gibt es um oben sternen weil ich doch ich hab's checkpoints alter wenn du mir jetzt kein checkpoints reindrückst dann gibt es aufs maul oh mein gott danke okay dritte stellen wird wahrscheinlich dann nach dem boss kommt okay ja das ist wieder immer noch gift habe ich anzurübsen alter ekelhaft das sind diesmal drauf dies wieder zurück zu den gift phasen aber was bringt ihr das wow was war wert gedacht en tanz oder was kam er ruft zum fieber an gegner down zack sind ja jetzt wird er mich anspucken mit seinem gift ich dachte jetzt wirklich jetzt kommt dann doch mal gleiche aber halten denn an farbe jedes mal war ich schon wieder das erste und eigentlich dass das ist schwer oder power up okay gut aber ich glaube ich mache diese folge extra nicht länger damit wir doch das letzte level schaffen können ich glaube das wäre ganz cool und alle und anfangs der macht anfangs wieder die ich habe noch länger als sonst habe ich das gefühl aber ich glaube dass sie gut level von dieser welt wird eh nicht lange sein und daher ja man oder macht den drachentanz wieder nein er schub mich wieder an er schub mich wieder an es gibt kein einziges power up aber so schwer ist es jetzt auch wieder nicht man macht dann drachentanz endlich das ist doch so langweilig mit den scheiß gegnern alter wow jeden foster fehlt alter jetzt jetzt mach endlich deine kopfnuss der drachentanz hat immer noch nicht was ist mit die bloß ja okay immer noch nicht mache ich immer was falsch erchen trinkst kinken so jetzt aber immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht was ist los komm ja jetzt war das an drachentanz okay boom denn nice we did it we did it we did it we did it yeah yeah we did it so wo ist der dritte stern ja wo muss er sein und wenn nicht dann wo ist der dritte stern was oh mein gott leute kein kommentar wir haben es geschafft und kriegen das bild hier ist ein cooles bild eigentlich gesagt ich mag das ja das beste bild ich habe jetzt das ende noch mal alles raus geschnitten ich bin natürlich nur ein wo ich den stern sammle ist es uns langweilig denke ich monstermörderin ja leute ich bin der monstermörderin wir werden jetzt noch ganz schnell denke ich mal das 3s level machen der preis ist sie mir wie lange selber aus da sparen wir uns das für die nächste folge auch wenn wir der nächsten folge auch mit der vierten welt anfangen und hier nicht durchspielen vielleicht machen wir es nur ganz durch und ich bin mir sicher aber ich würde sagen sehen wir uns in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat dann los zu pust hier wecken da würde mich sehr freuen das sagt man auch dass ihr spaß an dem display habt und dass ich also die wetter wand soll obwohl ich so oder so weiter mache haut rein leute und bis bald